Die neunte Armee wird nicht zurückgenommen. Diese Erde singt mit mir dies weh. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Bist du deutscher Scheiße? Damit endlich Frieden werde. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden näher an. Und es für alle Essen gibt. Die neunte Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Schau mit der Zwölf! Wir erwärmen unser Klima und die Tiere sterben aus. Aber mein Führer, die Zwölfte Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann zahlt ihr Armee! Es ist wirklich nicht so prima. Misch dich ein, halt dich nicht raus. Dann entlösen wir die Westfront. Haben sie noch zwei Fälle neue Befe... Damit endlich Frieden werde. Ich habe mich klar genug! Wir fahren die neue Befe... Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber wir müssen auch da eis... Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Den Tausenden von Verletzten und den Alten. Wir können jetzt keine Rücksicht auf... Dann bin ich der Armee verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die Essen! Für alle Essen gibt! Gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Ha... Für alle Kinder essen gibt! Jeder verrächtige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ich bin als Feiglinge verrat... Der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie sohle! Jahrelang hat das Militärmöle Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als Fischpicken... Vom Jammeren alle hören! Ich war nie auf einer Akademie... Und doch habe ich ein... Ganzer Robber! Und jetzt das! Ja, ich hatte Recht, ihn nicht in meine Pläne einzubringen! Mein Führer... ...dass alles in Ordnung kommt! Gegen Hunger, Aids und Kriege... ...gegen Hass und Korruption! Wir können jetzt ein Wagen, wenn das Handlungs- und Feigdrag lebt! Es bleiben im Raum... Von allem Anfang an... Es ist doch fanatend... Draugen worden... ...danschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bez... Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bez... Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Untertitelung des ZDF, 2020